Es ist ein menschliches Bedürfnis, eigene Fähigkeiten und Talente zu entwickeln und innere Blockaden zu lösen. Wir sind der Meinung, dass jedes Kind und jeder Jugendliche diese Möglichkeit bekommen muss, sein eigenes Potenzial frei entfalten zu können. Wir wehren uns dagegen, dass immer mehr Kinder und Jugendliche unter immer größerem, unterschiedlichstem Druck stehen, ohne zu wissen, wie sie damit umgehen können. Dadurch entgehen ihnen wertvolle Zukunftschancen. Wir vom IPE sehen uns als Anwalt für die Potenzialentfaltung von Kindern, Jugendlichen und Familien. Unser Ziel ist es, dass allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit der Entfaltung der eigenen Potenziale uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Ich bin der Meinung, dass wir nicht nur auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen eingehen müssen, sondern ihnen gangbare Wege zeigen sollten, die sie auch selber beschreiten können. Dafür brauchen wir individuelle, wissenschaftlich fundierte Methoden, da jedes Kind anders ist. Informieren Sie sich und zeigen Sie Ihrem Kind seine Möglichkeit zur individuellen Potenzialentfaltung durch einen IPE-Fachmann vor Ort.